Oh ja, was geht ab Leute, hier bei meinem siebten U2Rate. Mal schauen, was heute rauskommt. In Bogenhausen. Shoutout an Milos. Ist auf größerem Gebiet hier. Ein alter gelber Kollege. Die Arena hier hat damals auch zu unserem Gebiet gehört. Ich bin hier immerher für die gelben Arenen. Ich habe mich reingesetzt, trainiert, vorstrainiert, reingesetzt. Das ist einer der ersten stabilen gelben Gebiete hier in München. Mehr dazu, vielleicht mal irgendwann in einem anderen Video. Wir haben hier getriggert, die Einhaube kommt durch die verrückte Wafenschuhr. Schauen wir mal. Zu dritt, zu viert, gelb, rot, blau, gemischt, keine Ahnung. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Woher geht's denn? Oder wolltest du dritt machen? Einer von in Blau? Hier rein. Dritt. Nein, wo gibt's Blau? Es ist egal, wie wir's machen. Mir ist auch egal, wie wir's machen. Machen wir zu zweit. Das ist nicht egal. Ich hoffe, es macht ein paar Mal was. Mit den 200er Mewtwo schaffen wir schon. Seid ihr genug? Soll ich noch helfen? Ja. Philipp, hast du Connection für beide? Ohne Pass wird's schlecht. Ohne Pass wird's schlecht. Ohne Pass wird's schlecht. Ohne Pass wird's schlecht, aber gemein. Oh, da ist ein Mewtwo geschluckt. Er hätte es gedacht. Wer ist Gelb? Wer macht Gelb? Machen die drüben? Nee, nee. Ich glaub Gelb ist auch hier. Gelb ist nur noch am meisten. Alles hat keinen Fokus bleibt. Ich hab's schon nachgeschaut. Wollen wir zu dritt machen? Wer ist der dritte? Mir ist egal. Mir ist auch egal. Such doch noch einen blauen. Mach! Robert, du bist rot. Ja. Wolltest du? Ja. Los geht's. Ja, sollen wir... Dann machen wir halt nach Farben. Rot, oder? Ja. Und die Gelben? Wie viele sind die Gelben hier? Ja. Also ein paar aus. Ich hab zwei. Ja genau. Oh, ey. Zweimal. Wir gehen öffentlich rein, oder? Ja, lieber nicht. Wieso lieber nicht? Wieso lieber nicht? Vielleicht schmucken sich ein paar blaue rein und machen sie noch wenig Welle. Wenn wir in der Überzahl sind, dann ist es immer noch egal. Sind wir in der Überzahl? Nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Ein Erfolg. Harkan, Jaurum, ich drücke die Daumen. Ja, Bruder. Mir nicht, oder? Dir auch. Ja, Hong. Robert auch. Jetzt ist grad nicht so... Scheine halt! Du kriegst 98. 98 bin ich hier. Okay, danke. Harkan, mit drei Bier ist es schon... Dann... 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 Ja, okay. Dann ist es okay. Dann... Dann... Ja. Gut. Habt ihr noch Zeit? Ich klicke am YouTube. Scheine im YouTube? Nein. Luger. Luger. Achso. Luger. Habe ich auch noch. Taubsee. Taubsee. Schick. Schick. Ich hab mal ne Gruppe aufgemacht. Zum ersten Mal glaub ich, dass ich die Gruppe aufgemacht hab. Hätten das mal Glück. Das heißt, hier auch nicht. Und... Seitdem ich den entwickelt hab, wird er mir immer ausgewählt. Richtig unnötig. Ja. Alles wie Chuck Hells. Alles wie Chuck Norris der Map. Kann ich auch. Chuck Norris. Ja, wenn du willst, was willst du machen? Sagen wir. Mein Sohn will die Videos dann sehen. Echt jetzt. Gekommen? Hat dann ja sein. Ja? Schau da dann erst ganz so und warte. Komm. Komm. Wo ist er runter? Alter Mann. Hallo Dennis. Alter Mann, kommt nicht so weit runter. Hallo. Ich hoffe wir fangen jetzt in Mewtwo. Ist schon gegangen? Der wollte dich immer sehen und wieder mit den anderen. Jetzt bin ich auch wieder drin. Wo soll ich dich sehen? Ja, selber drin. Dann bist du wieder hier. Alle wollen nicht zusammen sein. Die kennt jeder unter den Namen Alter Mann. Ja, ist echt so. Alter Mann. Das ist der fische Mann. Deswegen warst du dran. Los geht's. Nicht wegen Kumpel. Äh, gegen Zapadi. Nee. Wegen Dr. Kuhin. Absolut. So schnell kannst du nicht laufen. Neues Monument, ey. Ja. Seid ihr schon fertig? Ja. Nein. Und Müll. 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 Oh shit. Wie jeden Fall. So. Ich bin noch beim Kämpfen. So. Ich bin noch beim Kämpfen. Ich bin noch dabei mit Sanana. Ich bin noch dabei mit Sanana. Er lernt nicht dazu. Wieder Sanana. Ich bin noch dabei mit Sanana. Ja. Ja. Ich bin noch dabei mit Sanana. Ich bin noch dabei mit Sanana. Ich bin noch dabei mit Sanana. Nein. Ja, das ist ein paar. Jetzt gehen mir. Nein. Wenn du Eier hast, nimmst du auch Sanana. Okay. Nein. 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 Ja, 53. Was ist das? Nein. 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 Schöne abtüren, ja? Schöne abtüren, ja? Und dann so abtüren, ja? Erste Ball. Ja, aber wir wissen die Frage, der Ball, die hat sich hier noch anders lassen. Warte. Ich will jetzt sagen, aber auch mit dem ersten Ball, der hat sich hier am 2012 gewählt. Der hat sich am 38 gewählt für einen. Er ist in Japan, ja. Einmal anders. Er ist in Japan. Oh, oh Gott, das ist verdreiflich. In Japan, das ist hier. 2,2, 53. Wie viel ist das? 93, egal. Ich muss nichts sagen. Ich bleib hier. Ich bleib hier. So, jetzt kann ich den mal füttern, oder? Hast du dich? Ja, kommst du nicht rein? 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 Ja, ich hab das. Er hat 91,000 müssen. Ja, ist ja gut. Papa, ich muss hier mal ein bisschen. Nein, alles gut. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Du hast wieder dritten 100, oder? Er geht zu voller Kamera. Nee, hab ich nicht. So, das war's von meinem siebten Mutual Rate. Leider kein 100er. Aber ich hab erstmal genug, denke ich mal. Oder auch nicht. Man kann nie genug haben. Shoutout an Dennis und Askan. Das war der, der seinem Sohn Shoutout gegeben hat. Neue Einladungen sind draußen. Sind am Samstagabend gekommen. Normalerweise wären die Donnerstag gekommen. Der Antik hat uns wieder überrascht. Zuerst dachte man, diesen Samstag, also den nächsten 31. Fällt vielleicht aus, weil das ins Osterwochenende fällt. Aber dann kam die Einladung für den Tag trotzdem noch. Nur mit zwei Tagen Verspätung. Was ich persönlich ziemlich gut finde. Weil dadurch haben die Leute Zeit, zwei Tage mehr Zeit, um zu triggern. Am Freitag und am Samstag nochmal. Und dann Samstagabend. Ich hab leider keine Einladung bekommen. Seit sieben Wochen, sechs Wochen. Das erste Mal keine. Aber die Woche war ich auch leider echt nicht unterwegs. Und wenn man jede Woche eine Einladung haben will, dann muss man echt jede Woche irgendwie unterwegs sein. Und letztes Wochenende habe ich echt gechillt. Das Problem ist, dieses Wochenende habe ich auch wieder gechillt. Das heißt für die nächste Woche ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass ich eine bekommen werde. Aber, solange es Mewtwo ist, muss ich ehrlich sagen, habe ich erstmal genug. Finde ich nicht so schlimm, wenn ich nicht jede Woche eine Einladung bekomme. Ich habe ein Fake gesehen von Mew. Eine Fake Einladung. Vielleicht mache ich ein Video darüber. Vielleicht poste ich es auch einfach nur auf meinen Social Media Sachen. Das war echt ein guter Fake. Es sah echt gut aus. Rosa Pass mit der rosa Einladung für Mew. Ich wäre echt bereit. Nicht nur, weil ich 200 habe. Sondern auch, weil ich 7 Einladungen bisher hintereinander bekommen habe. Ich wäre echt bereit für den nächsten EX-Rate Boss. Aber ich weiß, es gibt immer noch Leute, die haben immer noch kein Mewtwo. Schreibt unten in die Kommentare, wie viel Mewtwo ihr habt. Und ob ihr auch bereit seid für den nächsten EX-Rate Boss. Und, wenn ihr als nächsten EX-Rate Boss sehen wollt. All das unten in die Kommentare. Das war es von mir. Ich will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Ich wünsche euch das nicht. ��고 will ich uns wiederholfen. Und, bis ansonsten.